Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Injustice 2. Bei mir war gerade den Ton anders. So, und wir können weiterspielen, wo wir aufhört haben. So. Hallo und herzlich willkommen zu Injustice. Ich hatte kurz vorgespult. So. 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 mein herzliches über ich war nicht wahr sagte du wirst eine art zeitreisender und lass mich dir von der zukunft erzählen du denkst du wirst unsterblich aber in meiner zeit da jana bist du ziemlich tot würde ich nicht so sagen das wäre so eine geile combo wenn ich ihn auch noch getroffen hätte wie hat er mich gekriegt hallo das kann doch nicht sein ich glaube es hat das regime hat die zeit selbst verletzt du bist unwürdig ab in Batsch. Batsch, Batsch. Da. Hm. Oh nein. Poison Ivy? Hm. Das ist Scarecrow. Clark, wir haben keine Zeit für... Scarecrow. Scarecrow. Wir können sie schlagen, Kerl. Brainiac, Batman. Beide werden heute fallen. Dann herrschen wir. Seite an Seite. Gleichberechtigt. Als Paar. Das ist sie. Ja. Ich kam zu dir als Lois starben. Du hast mich ausgenutzt. Meine Trauer manipuliert. Mich in jemanden verwandelt, der ich nicht sein sollte. Das ist nicht wahr. Meine Liebe machte dich stärker. Ist es das, was du dir vormachtest? Ich wusste es. Ich wusste es. Du hast keine Angst vor Superman. Ich wusste es. Du hast eine verdorben maus. Tapfere Heldin. Deine Angst ist es, als böse Weg der Geschichte zu enden. Zu hart ist mit deiner Zeit. Du hast dein Spielchen. Klassische Aggressionsverschiebung. Wir sollten diese Therapie fortsetzen. Therapie fortsetzen. Warum hat der Er hat Er hat die Dings Toll Stimmt Werfen konnten die ja nicht Hab ihn noch Hab ihn Hab ihn Er hat seine Superpower nicht benutzt Die Therapiesitzung ist vorbei Frau aus Stahl Du bist ein wirklich seltener Fund Hatte ich die nicht besiegt? Oh ne Kryptonier sind anfällig Für Magie Und diese Klauen sind scharf Fast wie Magie Halte durch Cara Die Götter werden uns schützen Oh ausgerockt Ausgerockt Oh nein ich hasse die Das muss ich Das muss ich die auch noch bekämpfen Nach Amazonenblut Nach Amazonenblut Warum ist sie so langsam? Alles klar Genau Warum Was? Warum bin ich jetzt down? Ach halt die Versorgung Ja genau Genau Warum Funktioniert's nicht? Ey die ist unfair Als Kai hieß die voll unfair Da kannst du nix machen Da kannst du nix machen Alter ist das wichsig Junge Ist das scheiß so unfair Du ich konnte da nix machen Die Wunderung ist ein scheiß Charakter Nach Amazonenblut Ey wenn jetzt mein Controller Gleich auch noch wegspinnt Ich glaub's nicht Schön in den Arsch getreten Alles klar Was? Was? Komm Das darf doch nicht sein Habt sie als erster Oh ja genau Macht sehr viel Sinn Das mach ich Ah genau Nein Deine Technik ist fehlerhaft Kein Athena Komm 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 Das kann doch nicht sein Ich hasse die jetzt hören Das kann sie nicht blocken Komm her Bitte Stopp Da ran Ja Gerade so Alter Dein Fluch kann niemals aufgehoben werden Das ist der Frieden den du verdienst Alles in Ordnung Blondie Warte kurz Das reicht jetzt Wunderbrot Das geht dich nichts an Klauen Du hast Betz gehört Kein Töten Du belehrst mich Wie viel Blut geht auf dein Konto Quinn Oh Ganze Eimer voll Liebes Ich hab versucht den falschen Kerl zu beeindrucken Fast so wie du bei Superman Nein Nein Du verlierst zu viel Blut Das wird jetzt wehtun Mächtig Juck mich gar nicht Letzte Hoffnung Letzte Hoffnung Kryptons Ich glaube wir können noch ein bisschen Kapitel 9 machen Amazon kämpfen ehrenvoll Ein bisschen reinkommen hier Ah Hab Ähm Kann nicht mal an die rangehen Ich will die Dings sehen Ich will die Dings sehen Denkst du dass du weg gehst oder was Ja genau Ergib dich wenn du leben willst Warum macht die das denn nach oben Nein 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 Keine Chance Noch zu viel Schaden Richtig Oh ja genau So viel Schaden oder was Ja nochmal Ich hoffe gleich steht's Gleichstand Das kann doch nicht sein Das kann doch nicht sein Warum ist die jetzt wieder voll Das macht keinen Sinn Äh ja Klar Nein Das kann doch nicht sein Alter Komm Du spinnst doch Ich glaub's nicht Ich glaub's nicht Oh alter Ja komm Oh ja Oh ja Ha Das lässt sie liegen Ja Erwischt Warum hab ich sie nicht erwischt Ja schon wieder Oh ja Er bestellt Das war deine Lektion Das war deine Lektion Das war deine Lektion Das war deine Lektion Okay Ah 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 Oh Ah 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 Oh Ah Oh Ah Ah Bleib dir vertraut, Diana! Das wird schon wieder. Ich bring dich zu einem ab. Kel kann dich schüpfen. Superman! Oh Glondie, du bist bloß dich. Festung der Eimsamkeit. Sogar Brainy Hacks. Aber ich bezweifle, dass er sich ewig täuschen lässt. Kel, wir müssen reden. Gebt uns bitte einen Moment Zeit. Damien hat mir alles erzählt. Geht es Diana gut? Es geht ihr gut. Aber sie wollte Harley töten. Ich habe sie noch nie so kaltblütig gesehen. Ja, das ist bedauernswert. Ich weiß. Was hat sie sich gedacht? Leider wählte Diana diesen Moment, um Harley zu erledigen. Und leider bist du ihr in die Quere gekommen. Was? Der Joker hat Harleys Verstand unheilbar verdorben. Wenn sie rückfällig wird, werden Unschuldige sterben. Es sterben bereits jetzt Unschuldige. Sie hat uns geholfen. Sei nicht da, ich und Kara. Harley ist eine Verbrecherin. Mein Fehler war, dass ich sie nicht früher erledigt habe. Diana sagte, der Joker wurde exekutiert. Warst du es, der? Ein Leomillion zu erledigen. Aber es war nicht nur eins, Kel. Nicht wahr? Wie viele? Wie viele? Wohin ich auch gehe, haben die Leute hier vor Angst. Jetzt weiß ich wieso. So wollte ich es nicht. Aber die Menschen... Jetzt weiß sie die Wahrheit. Ich habe dieser Gewalt ein Ende gesetzt. Jetzt weiß sie die Wahrheit. Die Menschen brauchen einen starken Anführer. Wir müssen sie vor sich selbst retten. Wessen Sohn bist du? Der von Jor-El? Oder General Zord? Kara! Kara darf die Festung nicht verlassen. Warte, Kara. Vielleicht hat sich dein Vater ja aus gutem Grund eingesperrt. Superman war mir mehr Vater als Batman es jesalte Witte. Oh mein Gott. Oh! Okay, dieser Fighter Handel war es das. Wow! Ja. Das ging ja gut. Ja. 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 Jawohl. Ja. Ja. Und das. Ja. Das ist doch gar nicht so viel realized. Da bin ich nehm Animallli in den Trying Decker! Decker! Ja. Ja. Ich hab meine Kann ich das skippen? Ich kann das nicht skippen. Ich kann das nicht skippen. Jetzt so. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Injustice 2. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.